Jo moin Leute, herzlich willkommen zur Fummel 1 Saison 2023 mit den Predictions aus dem großen Preis von Niederlande in Zampfort mit dem Rennen. Los geht's heute um 15 Uhr, live auf Sky Sport F1 und im F1 TV. Los geht's. Diesmal fangen wir von unten an wegen mehr Spannung. 8. Auf dem 8. Platz landet Valtteri Bottas. Davor kommt ins Ziel auf 7. Esteban Ocon. Davor Oskar Pujastui. 5. Lennon Norris. 4. Charles Leclerc. Auf dem 3. Platz und Podium belegt Fernando Alonso. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter wird Sergio Perez. Herzlichen Glückwunsch. Und Sieger of the Netherlands Grand Prix 2023 in Zampfort. Auf dem 1. Platz ist Max Verstappen. Herzlichen Glückwunsch. So, das war's von dem großen Preis von den Niederlanden der F1 Saison 2023 aus Zampfort. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumenkern auch um da. Vergiss kein Abo. Dann nimm uns das Glöckchen, das nicht vergessen, sagt die Medien, dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel. Bis dann, gut. Waste. Ciao.